Noch mehr, noch mehr Kapellen. So ungefähr sehe ich auch immer aus, wenn ich auf dem Pferd sitze. Oder so hier. So hier haben wir moderbare Kunst und die Decke. Alter, check das nicht. Der fette Bischof geht zwischen irgendwelchen fetten Kühen spazieren. Moderne Kunst. Ja, ich glaube heute können die nicht mehr so gut malen wie vor ein paar hundert Jahren. Das ist alles gestickt. Noch mehr. Noch mehr. Und noch mehr. Oh, das hier müsste das... Das ist noch nicht das für ein Papstbände, oder? Was, ey? Es nimmt kein Ende hier. Und das ist noch ein Papstbände. Das ist noch nicht. Deine Frau, das ist noch ein Papstbände. Unendlich große Souvenir-Shops. Hier läuft mir einen halben Kilometer bis zum Ausgang. Ich sehe immer noch keinen Ausgang. Ausgang, Ausgang, wo ist der Ausgang? Ich will meinen Rucksack wieder haben. Hier ist der Ausgang. Meine Güte. Ja, da hat wohl dich hin. So, jetzt auf dem Wetersplatz, wenn ich das überhaupt noch schaffe. Dort ist das Fenster. Jetzt muss ich nur noch reinkommen. So, ich habe es geschafft. Noch ungefähr drei Minuten. Perfekt. Alles voll. Ich bin der Ausgang. 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 Maria, perpetue, capiamo Gaudia Vitae, per Cristo un Domino nostro. Glorie a Pati et Silio et Spiritus Sancto. 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 I fedeli di Modugno e di Genova. Un saluto speciale al pellegrinaggio diocesano delle famiglie dell'archidiocesi del Trani-Barletta-Visei. Und wie auch die Devote der Divine Misericordie beendet haben heute in der Chiesa von Sato Spiritus in Sassia. Vielen Dank. Ja, da war er. Habe ich eine Sekunde zu spät eingeschaltet, wo er ein gutes Mittagessen gewünscht hat. Und man wird wieder rausgeschickt aus dem Bereich. So, jetzt kriege ich die nächste Messe. So, mal gucken, was ich als nächstes mache. Ja, da war ich. Ich sehe, dass das nichts. Ich habe nicht so gesehen, dass das alles ist. Wirklich Fähig, wenn ich, also kann ich jetzt hier gehen. Ich habe Mir verraten. Ich bin ganz wohl ein paar Schmerzen. Ich habe einen sehr guten Mögen. Ich habe den Karten. Ich habe ihren Schmerzen gekauft. Ich habe den Karten.